5... 2... 4... 3... Heute in der Nachtschicht, du warst schon öfter da? Nicht nur weil du gebucht wurden. Moment, ich hab einmal aufgelegt, ich hab zwei mal gefeiert, das gibt DREI. Und ich liebe Nürnberg darum, ich habe hier in der Nachtschicht The place to be. Weil du Nürnberg so gerne magst und die Nachtschicht. Ja, die Nachtschicht ist The place to be von Nürnberg. Definitiv. Was erwarten wir von dir heute Abend? Was können die Leute erwarten? Ich würde sagen viele gute Musik, Sky is the Lebens, Bella Vita, Welcome to Saint-Ray-Machery und viel anderes Zeug. Ich sage nur love you, so kommt einfach vorbei und lasst mal krachen, oder? Auf jeden Fall. Ist alles im Rahmen der World Dealer Edition? Frederico Scabros, der Nächste, was hältst du von dem? Es soll einfach rocken. Ich habe gehört, er rockt und passt auf, was passiert. I love Nürnberg, Peace, Love & Harmony. Brothers, let me see your fucking hands. Fuck it up. 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 Hey, we wanna party. 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 Hey, we wanna party.